Beim Dreierstrimm mache ich als erstes einen normalen Strimm auf der Seite. Auf der gleichen Seite gehe ich auf den Ellenbogen, habe meine Hand nach oben als Stockhand, Strimm auf dem Ellenbogen und als drittes die Hand aufsetzen und ziele meinen Po an die Hand. Dann die andere Seite, normaler Strimm, Ellenbogen und Hand.